Bei den Reimanns steht ein Umbruch an, angesichts neuer Bilder sind sich die Fans sicher, es kommt eine Veränderung auf die TV-Stars zu. Diese Nachricht sorgte vor wenigen Monaten für Entsetzen bei den ZuschauerInnen, die Reimanns wollen umziehen. Das hatten Conny und Manu während ihrer Sabbeltour im Herbst verkündet, allerdings nicht verraten, wo es die Auswanderer von Hawaii aus nun hintreiben wird. Die Reimanns denken über Umzug nach, das hat sich durch die neuen Folgen im Frühjahr geändert. In denen hat sich das Paar nämlich einige Häuser auf den Fiji-Inseln angeschaut und sich gleich in ein Grundstück verliebt. Doch warum Fiji? Dort verbrachten die beiden ihren Hochzeitstag und konnten der traumhaften Natur vor Ort gleich etwas abgewinnen. Ein Makler hat den Reimanns ein Grundstück präsentiert, das noch viel krasser ist als das Beach House auf Hawaii, und das aus vielerlei Gründen. Conny und Manu hätten dort einen direkten und privaten Zugang zum Strand und ein Anwesen von sage und schreibe 275.000 Quadratmeter. In den neuen Folgen gab es bereits einige beeindruckende Aufnahmen von dem begehrten Objekt. Ganz zugesagt, das Grundstück zu kaufen und Hawaii den Rücken zu kehren, hatten die Reimanns damals aber noch nicht. Der Grund, die Rahmenbedingungen müssen vor allem für Manu gegeben sein, die noch Zweifel an dem neuen Projekt der Reimanns hatte, doch die scheinen nun verflogen, denn ausgerechnet Manu selbst könnte nun den Umzug gespoilert haben. Postet Manu Reimann hier ihr neues Zuhause auf den Fidji-Inseln? Bei Instagram hat Manu vor wenigen Tagen verkündet, dass die Dreharbeiten für die neue Staffel im Herbst gestartet sind. The Boys are back in town und wir starten mit dem Filmen für neue Folgen, so die Auswanderin, die dazu einige Aufnahmen vom Dreh und der beeindruckenden Palmenlandschaft veröffentlichte. Und dabei fällt auf, das ist nicht Hawaii. Die Fans sind sich sicher, hier ist das neue Zuhause auf Fidji zu sehen. Das ist aber nicht euer Garten, oder bin ich gespannt und supi, sieht aus wie das neue Grundstück von der letzten Folge, was zum Kauf stand. Da sind gespannt, ob ihr den Schritt gehen wollt, schreiben die User, innen bei Instagram. Manu hat sich zu den Gerüchten bisher noch nicht geäußert. Ob es sich bei den Bildern wirklich um das Mega-Grundstück auf den Fidji-Inseln handelt, das wird wohl erst gegen Ende des Jahres in den neuen Folgen von Willkommen bei den Reimanns bei Kabel 1 geklärt.